So, jetzt muss ich mal kurz üben, wie das funktioniert, wenn wir nachher nach Amerika gehen. Wie ich das mache, wenn ich draussen Aufnahme erstelle. Ja, wenn wir schon gerade bei den Ferien sind, habe ich dir hier noch einen kleinen Tipp. Bevor du abreist, eine Woche bis zwei Wochen vor den Ferien, achte darauf, dass du online nichts mehr bestellst. Nichts mehr bestellen. Ausser du bestellst und kannst direkt bezahlen. Und du weißt, dass die Ware innerhalb von zwei, drei Tagen bei dir ist. Sonst wirst du Probleme haben mit den Briefkassen und vor allem mit den Mahnungen. Du bestellst, denkst dir, okay, ich kann ja nachher, wenn ich zurückkomme, die Rechnung bezahlen. Nur dann haben wir auch nicht gerade immer Zeit, um das zu erledigen. Und dann ist es ganz schnell passiert, dass da 30 Tage und mehr dazwischen liegen. Dann kommt die erste Mahnung und du vergisst und dann die zweite. Und so schnell haben wir Gebühren drauf, die eigentlich nicht sein sollten. Also vor den Ferien, halte dich zurück. Eh gut, denk immer dran, alles, was du jetzt noch sparst, kannst du ja dann in den Ferien ausgeben. Aber bestelle nicht mehr vor den Ferien, ausser du zahlst sofort bei Bestelleingang. Also das kleine Ferien-Bestell-Spar-Tipp. Bis dann wieder. Tschüss.